Musik 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 Los geht's Musik Ja das dauert noch einen Moment bis die unten sind Musik Das könnte was sein ne? Ich muss schiffen ne? Was schiffen? Ja Ja unten Sascha Ich fahr dir hinterher am besten Aber du musst doch heute noch angucken Wichtig ist nicht, dass du dann da liegst und wir sind alle weg Ja Ja da haben wir es schon Aufpasst du? Langsam Sascha Ja Was ist das krass? Sascha stehen Was ist das? Was ist das? Wir Was ist das? Oh f**k alles gut? alles tuti? warte scheiße man ja, moment leck mich doch im Arsch das ist das was ich gesagt habe du musst stehen das ist das Problem und das ist das was ich vorhin gesagt habe nur wenn du zu weit vorne bist dann passiert genau sowas ach ich krieg die Tür nicht zu ach ne ach ne es ist gut Kette abgeflogen schuldige Sascha das ist so witzig ja ja du hast die Kette abgeschoben kann das ja das ist gut ey ja 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 hast du ein Blatt? wie sie gleich losfahren dann machst du das nach wenn du Päuschen brauchst sag Bescheid nicht so schnell Sascha ja 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 nicht so schnell ne ja drossel deine Geschwindigkeit oh man quergeauf du 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 der denkt sie so n scheiße aus was hast du? der denkt sie so n scheiße aus hast du schmerzen? hast du schmerzen oder was ist los? ja sonst lass langsam runter rollen wenn du sie stehen soll dann kannst du schnell aus dem gleichen so gewicht gehen ok ja musst du üben das ist jetzt natürlich auch ein bisschen heftig dafür dass du es noch nie gemacht hast gut dass du es auch noch wie wir zurück los gibber das war Ich habe es auch gerade gemerkt, das ist vielleicht ein bisschen noch zu heftig. Scheiße, der bleibt doch gerade da stehen und sagt, wer hat sich so eine Scheiße ausgedacht. Diese ganzen scheiß Wurzeln. Hast du dir weh getrun? Ja. Ich wusste gar nicht, pup 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 pup. Er sagt davor mal vor, ich fahr zurück. Wenn das Wurzeln kommt, dann kommt er nicht. Wird so ein Wässer fielen? Ja doch, weiter unten. Wo geht es jetzt so lang? Die Front ist da. Das ist eine gute Frage. Hä? Ich habe ihm gesagt, er soll langsam runterrollen. Aber schon beim Traileinstieg der Rams. Das ist schon gleich das erste Einstieg. Ja, Gott sei Dank. Das tut mir so leid, aber das ist so witzig. Ich bin da vor dir fertig. Das ist so geil. Wir wissen, dass wir nicht wieder hier zurückkommen, oder? Nicht, dass er da jetzt war. Ja, hier glaube ich noch ein Stück und dann da runter. nicht, dass er da jetzt wirklich zurückfährt. Nicht, dass da dieses fette Loch gefallen ist. Was? Abgerutscht und reingefahren. Wascher! Ich geh mal gucken, passt die aufs Bike auf? Ja sicher. Ja sicher. Boah, hast du einen Akkuschlüssel? Ja sicher, ein Zeiger. Da muss ich doch mal langsam rum? Ja? Aber zu rückmarschieren ist der noch Geschmack, oder? Das macht der Dach noch zu. Sascha? Losha! Losha! Sascha! Wo ist der Kerl? Wo ist der Kerl? Sascha! Ja! Hast du den Ganzen aus dem Monkopf zum Rest hier wirklich hoch? Ha? Komm, dreieinhalb! Da sind wir jetzt zwar stehen geblieben! In drei Jahren vielleicht! Vielleicht nur drei Jahre! Was ist denn da? Keine Ahnung! Also da, wo wir stehen geblieben sind, war er nicht! Das ist schon was! Ich hätte jetzt gedacht, dass er vielleicht auf der Straße rüber ist! Ich glaube, der kommt nicht nochmal mit! Georgi als Freund hat, der braucht keine Feinde mehr! Scheiße! Ich hab' dir das Video gezeigt! Gut, aber das war nicht auf dem Video drauf! Ja! Und die Nasse Totten sind zwei verschiedene Sachen! Ja! Du bist im Sommer hier! Da war's warm, ne? Mit kurzer Hose! Ja! Gleich beim Einspielen! Patsch! Scheiße! Fahren wir da mal ein Stückchen hin! Ja! Ich fahr mal ein Stückchen da runter! Vielleicht ist Sascha da irgendwo! Ich fahr mal so viel mit! Brauch jetzt mal eine! Keine Wollte mit! Scheiße! Kommt die wieder mit! Der kommt nicht nochmal mit! Nee, der kommt nicht nochmal mit! Glaub ich ja! Also Kuddel! Schieb vor euch raus! Jawoll! Oh ja! Super! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Und die trocknen bestimmt noch mehr! Toll! Ich fühle mich! Oh ja! Komm schon mal! Komm schon mal! Ouh. uuuuuh fuck ja genau, letztes mal bin ich aber da gelandt gefahren hier und hab dann noch rüber geguckt ja war schon nicht schlecht ja diese sind da rund, die waren ganz cool sprühe man richtig Bock immer, das ist nur immer nur, sieht das lau? ja ja, du wirst nicht so stehen bekommen ne da vorne nicht, das stimmt also oben da vorne 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 runter wahrscheinlich ja und dann da und dann da vernünftig rauskommen da vorne da rein um auf die fresse zu fliegen egal, rein geht's da 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 oh da das ist jetzt aber ein neues Hindernis hey, jetzt wusste man richtig da da war richtig da das macht noch Spaß da ja da 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 das da da Nein, das ist das Ding, oder? Der hat doch Spaß gemacht. Ja, der hat doch schön Erd da mit dabei. Ja. Wenn's trocken ist besser fliegen kannst du auch, siehst du wohin. Bei dieser letzten Raumsturm. Der war geil, der ist schön hochgeschossen. Der ist aber hoch. Einfach drüber. Ein bisschen Anzupfen fertig. Schwellfox, scheiße. Da ist er zu Ende. Okay. Da, fahren wir weiter. Dann geht's gleich wieder hoch. Das ist das Ende. Ja. Das ist eine schickige Straße. War das gerade Stück, oder? Das war's. Wir sind dann vorbei. Ja, machen wir weiter hoch. Drei Parallelen. Ich glaub von hier. Von hier. Zack. Ja, das ist gleich mehrere Sachen. Ja. Ja. Ich glaub von hier. Ja. 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 das ist doch was für dich das ist genau so dass es sogar noch höher als der 30 bis dahin bis dahin bis dahin kommt bis zum senkel ich würde sagen einfach genug schrumpf ja aber so viel Sprung hast du nicht ich weiß nicht ob hier schon mal runter ist das war an sie wir sind eine ganze Menge runter gesprungen ja aber guck mal wie weit das auch wandelt du musstest nur so viel Speed mitnehmen dass du hier so einen Flug machst das sind 3 Fahrradlängen das sind ja 6 Meter ich sage 6, 7 Meter und hier ziehst du ab und da unten musst du heinkommen zumindest mit dem Vorderrad und alles andere wird scheiße alles andere wird scheiße aber das ist einfach nur zu kurz aber ich bin ja nach 4 Stunden also das ist doch schon cool wenn er da schon wieder einstieg ja das ist natürlich aber wir sind eine Menge Stufen drin in dem Trailer gesehen da hätten wir auch ein paar 2,3 Stufen drin gut dass wir den nicht gefahren werden weil ich hätte einen Kitzel sehen hier wäre ich nicht in Ruhe ich wäre wahrscheinlich nicht zum Stehen gekommen und wäre mir den Kopf immer runter gekommen vor allen Dingen wenn du von hier kommst von hier sieht es noch schlimmer aus wenn du von hier kommst dann siehst du das gar nicht wenn du hier dann fahrst du siehst es gar nicht wenn du hier bist ist es schon fast zu spät du musst dich auch schreien machen dass du so weit kommst weil auf dem Fahrrad bist du aber 10 cm höher hier musst du glaube ich noch mal richtig nachtreten das sieht schon büßig aus ja aber beim treten alleine verliest du also wenn es jetzt wenn es jetzt von hier die ganze Zeit so sauber runter gehen würde das wäre geil dann könntest du so weit springen entweder springst du locker rein oder ziehst voll ab und du langst unten irgendwo das wäre egal aber so ja ich habe leider mein Fullface nicht gefunden das hätte ich euch mal zeigen können nein nächstes mal ne ja cool und hier kannst du einfach so reinspringen den kannst du dich einfach teilen rein droppen abziehen ja gut da teilt er sich ja auch auf ja da oben teilt er sich abziehen da musst du mit so viel Schwung hoch dass du da hinten über die Wurzeln rüber kommst da hinten kann ich sofort in den Kasten drin ja hier würde es gehen hier ist dann rein die chicken line dann musst du da hinten auch links runter ja Enduranze ja Enduranze ja 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 Möchtest du es mal auf? Ja. Da merkt man schon den Unterschied. Kuddel das Versuchskaninchen. Oh, das ist fies. Opa! 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 Was ist das? Was ist denn da? dann gehts hin weiter bis hin runter ja das macht nichts gehen wir hier hoch ja dann fahren wir da dann genau weißt du so ein Mist aber auch so ein Mist aber auch sie fährt dann mal alleine runter da haben wir uns zu zeigen wie es gewesen wäre ja aber irgendwie voll in den Schlag gekriegt und dann haben wir Pock rausgeflogen geht aber alles heilig ganz ehrlich? ja war scheiße also wie kann ich denn einen Trail bauen wo ich die ganze Zeit nur bergauf fahren muss ja das ist so affig ja total ja 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 und und ja ja Was willst du jetzt machen? Weiter runter fahren noch? Willst du hier hoch? Nein. Da steht auf dem Schild drauf. Ich seh's von hier nicht. Vielleicht siehst du da. Ach so, ne, das seh ich nicht. Kammweg. Kammweg 1,8. Guck mal, da hinten haben wir zum Kammweg 1,9. 1,9. Ja, jetzt kommen wir von unten wieder hoch. Den Kammweg. Ja, das stimmt. Ja, einmal. Ja, wenn ihr was ist, ist die geile Strecke hier. Aber so, ne. Was denn? Nix. Oder? Ja. Ja, wir machen wieder hoch. Das weiß ich gar nicht. 1,8 hoch. Dann mach ich lieber 1,9 und dann auf dem Kammweg. Ja, das ist das. Der Kammweg ist her. Der Kammweg. Irgendwann bin ich wirklich mal bumi passiert, ey. Ja. Kannst aber wissen. Na, ich hätte mal Zugfachschen... Dein Schnürsenkel ist auf. Na, na. Aufpassen. Das ist schon um die Pedale, bitte. Echt? Kannst du absteigen, oder? Ja. Ja. Kannst du mal absteigen. Geht's gut. Da sieht es aus, als ob da irgendwas rauskommt. Ach, diese Handschuhe. Boah, das ist ja unendlich hier. Ich habe gerade gesagt, bergab kippt und auf eigen fahren. Was machst du denn da? Alles Session mit einem Rettabular, ich weiß nicht. Ein anderes Foto, wenn man unterwegs ist. Ein anderes bisschen was machen. Beide Bremsen benutzen. Du bist wie Milan. Nicht immer nur, hinter Bremsen beide. Ja, aber wir fahren doch nicht beide benutzen. Ein bisschen lange rum. Ist das dein zwar mit dem Schrauber, was? Hallo. Ach, der hat trotzdem Spaß gemacht. Also, ich hatte was zu lachen. Ich nicht, ich war da vorne. Aber ich habe so ein bisschen lachen gehört, da habe ich auch gelacht. Ich habe euch auch gesehen. Ich habe euch auch gesehen. Und ein Rad stand da oben. Das war ja, wo er gesagt hat. Halt mal fest. Was ist das? Was machen die denn da? Scheiben? Ja. Ach ja. Ich habe dich. Ich habe die denn da oben noch mal fest. Ja. Ich habe auch gesehen. Ich habe es mit einem wirklich gut. Ich habe es mit dem Schrauber gemacht. Ich habe es mit dem Schrauber gemacht. Vielen Dank.